So, erstes Mal in die Zwangshacke. Da gehörst du auch hin. Wann kalt, wa? Das sieht man. Dieses kleine Dreckstein hier noch. Jetzt wirf den Scheiß weit weg, lass alles hinter dir. Kein Tag mehr zu verlieren, überwinde alle Schranken. Weit, weit weg, wirf alles weg von dir. Denn egal was auch passiert, es sind nur die Drecksgedanken. Jetzt wirf den Scheiß weit weg, so weit, weit weg. Der hätte dich jetzt anspringen müssen. Kannst du ganz kurz sehen, die Pfote? Was? Ich habe hier eine Hundefote. Was hast du da? Oh Mann. Musst du auch schon wieder die Weiber anmachen. Was machen wir? Nein. Oh oh, Psycho. Elia, hast du deine Medikamente genommen? Ich glaube ja. Ich glaube. Den würde ich gerne behalten, den Hammer. Ja, weil du so einen noch nicht hast. Das ist so gut, Hammer. Hey, du musst nicht weitergehen, bleib einfach stehen. Wie oft hast du dich hinterfragt? Dein Spiegelbild dann geht... Es soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber ich habe sie zuerst nur im Psycho gehalten. Warte, was finde ich? Warte, danke. Jetzt ruf den Scheiß weit weg, lass alles hinter dir. Kein Tag mehr zu verlieren, überwinde alle Schranken. Weit, weit weg wir fahren. Alte Ängste drehen sich, sehen wir nicht mehr ähnlich. Stell dich aufrecht hin und das Verluste geht in dem Ohr. War immer wieder. Deswegen war auch ganz lange immer hinterm Schlagzeug was. Sieht super aus. Besser wird es nicht. Die Leute, die besser hinter der Kamera aufgehoben werden, gerne vor die Kamera holen. Dann weiß ich mal auf. Das ist schon ein Hammer, Alter. Voll mit dem Ding weg, jetzt in einem schwarzen Outfit. Bist du zufrieden? Endlich. Oder willst du nochmal? Ne, jetzt haben wir es. Das war aber echt der Kampf. Du hast alles gegeben. Alles gegeben. Ja, sehr geil. Aber ich muss dir jetzt was sagen. Jetzt hat er keine SD-Karte drin gehabt. Ja. Ja, das sieht schon fett aus. Da gibt es leider... Da gehen wir alleine vom Berg runter. Genau. Gehen wir alleine vom Berg runter. Genau. Gehen wir alleine vom Berg runter. Die Karte. Ich bin als erster runter. Gehen wir zum Tisch. Nein. Ich bin als ersterer. Ich versuchte es noch nicht. Da wirst du noch nicht so unterlaufen.